Ja, wir werden unseren Gegnern heute Angst machen. Wir sind nämlich bei den Bärenfanger in Unterkochen und Manuela, warum machen wir heute unsere Gegner platt? Ja, weil wir die 7.777 Euro gewinnen möchten für den Verein. Was macht ihr denn mit dem Geld? Also mit dem Geld, das Geld würden wir gerne investieren in unsere Jugend- und Kinderarbeit vom Verein und wir möchten natürlich auch Unterkochen nicht enttäuschen. Wir möchten gewinnen, weil ganz Unterkochen steht hinter uns, für unsere große Familie hier, für den Verein der Bärenfangen. Ich mache mir da gar keine Sorgen und auf den Sieg, eure Narren rufen. Bärefanger, 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 hei hei hei! Bärefanger, 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 hei hei hei! Ja, es ist früh, aber gute Laune am Marktplatz in Bad Sauldau. Johannes, wer seid ihr? Stell dein Team vor. Wir sind die Sölgemer Löchligurger. Wir machen Guckenmusik, meistens an der Fastnetz und wir versuchen dann einfach die gute Stimmung zu den Leuten zu bringen. Ja, und das schafft ihr ja auch hier schon ganz gut. Ich bin hier müde angekommen und bin jetzt topfit, allein wegen euch. Das war so gewollt, das war so gewollt, auf jeden Fall. Löchli! Guckab! Löchli! Guckab! Löchli! Guckab! Wir werden heute Lieder gurgeln. Guckab! Guckab! Ist das jetzt Freude oder ist das jetzt Enttäusch? Guckab! 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 Und zwar brauchen wir eine Person, die am besten gurgeln kann. Wir haben sieben Songs dabei, da kriegt ihr die Musik auf die Ohren und es geht darum, dass ihr so schnell wie möglich ratet. Ihr dürft alle mitraten und reinrufen. Und ähm... Was siehst du denn? Was ich jetzt hier? Was ist das? Guckab! 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 Atemlos! Guckab! Atemlos! Nicht ganz! Guck's dir an, wie das Song heißt. Jawoll! Mein Team hat mein Gurgeln tatsächlich erkannt, das heißt es muss ein richtig gutes Team sein, weil ich jetzt nicht so der perfekte Gurgler tatsächlich bin. Aber einer hat es richtig gut gemacht, der Johannes. Wie hast du dich gefühlt? War hart? Er war schon hart, ja. Aber nicht nur hart, Johannes, sondern ich kann sagen auch erfolgreicher Erfolger. Das war noch nicht die Siegesverkündung, oje oje. Wir in Bad Saugau haben fünf von den sieben Songs richtig erraten. Das war übrigens hier in der Schule auch ganz atemlos durch die Lande. Wir haben nämlich gerade gesagt, wir machen mal hier einen kleinen Burglerchor, das haben wir sehr kurz gemacht. Sehr schön, das hat schon mal gut funktioniert. Wir haben das Ergebnis aus Bad Saugau. Wir haben drei von sieben Songs. Die haben fünf von sieben Songs. Wir sind einfach nur unfassbar gut. Die Ferranfänger sind damit offiziell raus und wir sind die Sieger. Die haben vier von sieben Songs. Die Riga von die Ereignisse waren die